In der Nacht seines Todes hat die Familie also gemeinsam den 85. Geburtstag ihres Vaters gefeiert. Wie war's? Die Party? Vor Vaters Tod? Oh, die war toll. Sie glauben niemand aus der Familie hat ihn ermordet? Wollen Sie das damit anrufen? Sie alle lieben es, sich gegenseitig das Messer in den Rücken zu rangen. Ihr könnt mich mal. Oh, wie reizend. Ach, ich dir. Leck mich doch. Willst du damit? Leck mich, leck mich, leck mich. Gefällig ist Lächeln sonst wohin. Und du leck mich sowas von. Ich vermute Fremdeinwirkung. Und ich habe noch keinen als Verdächtigen ausgeschlossen. I'm gonna live, 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 live. Until I die